Der Böckeltower, das flexible Lager- und Logistiksystem. Erleben Sie den Produktionsflächengewinn durch ein Regalsystem, das auf Ihre individuellen Ansprüche angepasst ist. Das Böckeltower-System bringt uns mehr Material auf gleichem Raum. Es ist ordentlich aufgeräumter, die Optik stimmt. Wir können auf derselben Grundfläche das Doppelte an Masse lagern. Für uns war auf der Suche nach dem neuen System wichtig, dass wir die Fläche, die wir vorher mit dem alten Materiallager hatten, wieder füllen können. Reines Platzerspalten. Man kann viel mehr in gleicher Höhe und Breite von vorher in egalem viel mehr einlagern. Und weil wir eben diese Platzprobleme hier hatten, wir haben vergangenes Jahr in eine Lasermaschine investiert, die ist neu hier hinzugekommen, mussten wir einfach schauen, wie kriegen wir dann die Blechbestände, die wir einfach jetzt schon haben, wie kriegen wir die besser unter. Und da war ich auf der Suche nach einer Lagermöglichkeit, wo einfach eine dichtere Lagerung möglich ist. Und da sind wir auf den Böckeltower gestoßen. Wir hatten vorher 120 Stellflächen in dem alten System und durch den Einsatz des Böckeltowers diesen Platz auf 246 Kassetten aufgebaut. An der Wand, wo das installiert wurde, sind drei Türen für Sozialräume. Und da musste jetzt eine Lösung gefunden werden, dass wir dann das neue Böckeltowersystem da wieder aufbauen können. Und da hat auch der Herr Böckelt mit seinen Leuten in der Konstruktion einen Plan erstellt, den wir dann auch hier so eins zu eins umgesetzt haben. Wir werden in den nächsten zwei Jahren ein weiteres Firmengebäude bauen, hier in der Nachbarschaft. Da wir ja zu dem Zeitpunkt, als wir den gekauft haben, schon wussten, dass wir eine weitere Betriebsstätte bauen werden und planen und da einfach eine größere Raumhöhe auch vorgesehen ist, haben wir den Böckeltower jetzt schon in einer Form bestellt, dass man ihn auch nochmal aufstocken kann. Ja, wir haben einen großen Vorteil erzielt, dadurch, dass wir das Böckeltowersystem eingesetzt haben, weil wir wesentlich mehr Material auf gleichem Platz verarbeiten können. Der Böckeltower. Das flexible Lager- und Logistiksystem.